Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir befinden uns immer noch auf der Ankunfts- oder im Ankunfts-DLC. Und ja, stoßen wir mal weiter vor. Ein bisschen Munition. Ich muss jetzt ein bisschen viel Munition wegholen. Je länger wir hier sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Es ist dumm davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da. Und trotzdem gibt es noch immer Leben. Oder etwa nicht? Ja, ja. Gedankenkontrolle durch die Reaper ist schon was Feines. Shepard ist unterwegs zur Projektkontrolle. Oh, fuck. Der hätte ihn eigentlich töten müssen? Das waren... Wie ist das? Oh, fuck. Oh, meine Schilder sind drunter. Oh, fuck. Oh, kommt da gerade ein Flammenbrussel? Okay, dann müssen wir den... Ich will hier mal das wieder benutzen. Das ist gar nicht der Flammenbräufer. Ach, doch, da hinten ist er. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nein, danke. Geben! Wieso springt da so komisch aus der Deckung raus wenn er getroffen wird? Was ist der Flammenwölfe? Was ist der Flammenwölfe? Lauf! Ein Krampf! Ein Krieger-Krampf! Vielleicht sollte ich doch lieber auf Schütt-Munition gehen? Hm. Okay. Shepard ist unterwegs. So. So. Reinhard! Sofort! Ah! 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 Auf doch! Oh! No shit. No shit. Ziel ist getan. Wende das Lampsteck an. Uh. Oh, okay. Nächste Pluron. Drennt, Pepperd. Drennt. 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 Oh. Wende das Lampsteck an. Oh. Nur noch Beiträktiker. Drennt. 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 Bedeut. surviving. Drennt. Okay total review. sk Sichtbar. damn. Ist das eh schon? Oh, fuck. Oh, shit. Was ist so? Wie viele sind da jetzt noch? Hä, war da nicht noch einer? Ah. Meine Fresse. Eine Stunde 40. Willkommen in der Projektkontrolle. Ich muss das Projekt aktivieren. Warmer. Die Aktivierung des Projekts führt zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Möchten Sie vorfahren? Eine schwere Entscheidung. Okay. Projektkontivierung wird durchgeführt. Warmer. Kollision mit Massenportal steht unmittelbar bevor. Beginnen mit Evakuierung. Achtung an alle Kolonisten im Bahak-System. Ihr spricht. Shepard Knight, haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kensen? Dr. Kensen ist unterwegs zum Reaktorkernmodul. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Äh, dann wird trotzdem jeder vernichtet. Oh. Oh, shit. Fuck. Wer zurück hier oder hier zu drücken. Fuck. 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 Eine große Massenkiste? Munitionskiste wäre mir schlecht. So. Oh. 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 So... Äh, wo geht's denn da noch... Unten? Okay, da geht's nicht raus. Okay. Oh Mann, 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 Mann. So... Ganz schön anstrengend, ganz schön anstrengend. Beim Kampf gegen Frontkämpfer sollten Sie darauf achten, dass Ihre... Ihre biotischen... Barrieren auszuschalten und sie auf Distanz zu halten. In unmittelbarer Nähe sind Sie nämlich extrem gefährlich. Deswegen sind es Frontkämpfer. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Hm. Ich habe das Projekt bereits aktiviert. Wir können immer noch von diesen Felsbrocken runter. Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und Sie sterben einfach nur... Sie... Verdammt jetzt! Sie haben uns gesehen! Oh! Wut! 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 Was sitzt in der Falle? Er darf da nicht raus! Oh, da kann ich nichts machen. Marnition vielleicht, danke. Hm. So. Sch-sch-sch-sch-sch. Tschüss. Okay. Wir sind echt in der Falle. Ähm. Wollen wir noch was zum Anklick gehören? Tür. Ah. Jetzt fahren wir doch wieder hoch, oder was? Oh, eine Etage höher. Okay. Scheiße. Scheiße! Scheiße! Ah! Scheiße! 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 Wende Flammenstecke an! Ziel ist getanzt! Ah! Ja. Nuh! finde ich eine gute einstellung so wie stabilisiere ich den reaktor alle automatischen sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert um den reaktorkern zu starten führen sie manuell kühlstab a von dieser kontrollstation ein führen sie manuell kühlstab b von kontrollstation b ein dadurch wird der reaktorkern stabilisiert ich brauche mehr zeit rein da ich kann wieder nicht abspeichern falschen knopf stürmer es gab schon wieder wo ist wobbelig ich weiß nicht warum jetzt können wir wieder abspeichern ja können wir wieder abspeichern zwei thermomagazine ist nicht gerade viel was schweißt die denn da am ding so ja gut ok ja ok Okay. Ähm, was? Und was? Achso. Achso, damit wir hier in ein B reinkommen. Alles klar. Oh. So, okay. Was ist das für eine Ritte? Irgendwas wäre hier. Okay. Können wir speichern? Nope, können wir nicht. Hä? Okay, hier sind wir falsch. Wir müssen in die Richtung wahrscheinlich. Oh, wo war da gerade was? Oh, okay. Okay, so, das wäre der. Können wir da durchschießen? Shit. Dass die Munition so limitieren müssen. Okay, so. Einer ist da jetzt noch. Hallo? Schießen? Hallo? Ich würde gerne schießen wollen. Ich würde gerne schießen wollen. Ich würde gerne schießen wollen. Fuck. Fuck. So, jetzt ist der da noch. Ich würde gerne schießen wollen. Komm schon. Oh, okay. Oh, ist noch einer. Techniker. Techniker. Oder nee, Elite. Gut. Ich würde gerne schießen wollen. Ich würde gerne mal demnächst mal wieder abspeichern wollen. Das wäre tight. Walbikor ist Festplattenspeicherreich voll. Komm schon. bisschen Speicher, Speicher, Speicher hier. Ich würde gerne mal wieder abspeichern. Krillian, Shepard ist im Warnungsbereich eingeschlossen. Na, bitte Verstärkung. Was? Okay. Okay. Ähm. Immer noch können abspeichern, wirklich. Okay. Sie haben uns gesehen. Sprecher? Hallo? Ja, ja, ja. Okay, ähm. Fix Sprecherstand an den Dingen. Und dann würde ich sagen, das war ich dann erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.